Die praktische Führerscheinprüfung in Österreich. Ablauf, Organisation, was sollte ich vorbereiten? Dazu bekomme ich sehr häufig Fragen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Bernd Hummel und ich dachte mir, ich mache mal wieder ein Update-Video zum Thema Fahrprüfung. Einige Videos habe ich ja zu dem Thema schon gemacht, die teilweise über 100.000 Mal geklickt wurden. Vielen Dank an dieser Stelle, aber mittlerweile vielleicht auch hilfreich einfach meine Erfahrungen, die ich selbst als Fahrprüfer gemacht habe, in ein neues Video einfließen zu lassen. Und damit würde ich sagen, schauen wir gleich direkt hinein und ich hoffe, das ist für euch auch wirklich eine Hilfe. Für die, die vor der Prüfung stehen, aber vielleicht auch einfach spannend für die Leute, die mal so einen Peak machen wollen. Wie läuft denn eigentlich so eine Fahrprüfung in Österreich ab? Was werden wir uns anschauen? Wir werden uns anschauen, den Ablauf und die Dauer der Fahrprüfung, die einzelnen Teile, wie sie aufgebaut sind. Dann, wenn man bestanden hat, den vorläufigen Führerschein, das Kostenblatt, sowie kurz auf die Mehrphase eingehen. Ich werde euch in diesem Video auch das Fehlerkalkül erklären. Wir werden uns anschauen, Sonderfälle wie L, L17, Austauschprüfungen. Und ich werde mit euch auch durchgehen, wie man sich vielleicht am besten nochmal konkret auf die Prüfung vorbereiten kann. Damit gehen wir vielleicht gleich direkt hinein. Prinzipiell sollte man wissen, die praktische Fahrprüfung ist in Österreich grundsätzlich einheitlich geregelt. Und die Fahrprüfung, die praktisch ist, eigentlich dieselbe, sei es beim erstmaligen Erwerb einer Lenkprächtigung, also der ganz normalen Ausbildung, wenn ich den Führerschein mache, oder aber auch zum Beispiel einer Umschreibung, Austauschprüfung, wenn ich einen ausländischen Führerschein habe, der nicht ohne praktische Prüfung anerkannt wird. Das ist sehr oft notwendig, eine praktische Fahrprüfung zu machen. Und die Fahrprüfung ist auch die gleiche, wie sie zum Beispiel zu machen ist bei einer Wiedererteilung der Lenkprächtigung, wenn ich einen sehr langen Führerschein im Zug hatte. Was man auch wissen sollte, es ist in Österreich nach wie vor so, dass wenn ich die Prüfung mit einem Automatikgetriebe, also mit einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe ablege, ich dann im Anschluss eine Einschränkung auf solche Fahrzeuge bekomme. Weil würde ich meine Fahrprüfung mit einem manuellen Getriebe machen, dann darf man nachher sowohl manuelles Getriebe als auch Automatikgetriebe fahren. Aber prinzipiell wäre das jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Dazu habe ich euch also schon jede Menge andere Videos gemacht. Was man vielleicht einfach, nachdem es ein Update-Video ist, wissen sollte, denn da gibt es viel Verwirrung, denn in Deutschland gibt es diesbezüglich eine neue Regelung, also in der Schweiz, wo das Entfallen ist, diese Einschränkung, wenn man mit Automatikgetriebe antritt. In Österreich, muss man dazu sagen, ist momentan hier keine Änderung bis auf Weiteres geplant. Aber mehr dazu in den Videos, die ich euch gerne in der Beschreibung verlinke, die ich in letzter Zeit dazu speziell gedreht habe. Die praktische Fahrprüfung in Österreich besteht grundsätzlich aus vier Teilen. Das sieht man auch sehr schön in dem originalen Prüfungsprotokoll, das ich hier für euch eingeblendet habe. Das ist das Protokoll, das wir Fahrprüfer dann auch verwenden während der Prüfung, um dann auch eine Beurteilung zu machen und das ihr dann auch ausgehändigt bekommt als Durchschlag, wenn es negativ ist, wobei ich natürlich hoffe, dass alle am Ende der Prüfung bestehen und einen vorläufigen Führerschein in der Hand bekommen. Mehr dazu in weiterer Folge. Ich werde euch den Link, wo es direkt zum Prüfungsprotokoll geht, aus dem Gesetzestext auch unten in der Beschreibung geben. Das Prüfungsprotokoll ist nämlich die Anlage 1, der Führerscheingesetz, Prüfungsverordnung. Gut, vielleicht allgemein ein bisschen was zum Ablauf. Zuerst mal ist Begrüßung, Vorstellung, organisatorische, Identitätskontrolle, Bürokratie. Da geht es ungefähr fünf Minuten lang. Ich gehe dann nachher jetzt gleich auf alle Teile genauer ein. Ich möchte nur so einen Zeitüberblick mal vorweg geben. Da dachte ich mir an so eine grobe Struktur, wie so eine Prüfung grundsätzlich abläuft. Dann gibt es den Teil A am Prüfprotokoll. Wird ungefähr, wirklich, das sind nur Richtwerte, fünf Minuten dauern, so technische Fragen. Dann Teil B, die Übungen im verkehrsfreien Raum, auch ungefähr fünf Minuten pro Kandidat vorgesehen. Dann kommt Teil C, das Fahren im Verkehr, circa 25 Minuten. Und Teil D, die Besprechung von erlebten Situationen, wo man natürlich auch das Ergebnis erfährt im Zuge dessen, auch circa fünf Minuten. Und bedenkt, die Reihenfolge dieser Teile kann aus organisatorischen Gründen auch abweichen. Genauso wie man natürlich auch bedenken sollte, dass diese Zeiten eben wirklich nur Richtwerte sind. Ich wollte euch da einfach nur eine Orientierung sozusagen geben. Und die Abwicklung zum Beispiel oft auch geblockt ist, dass man sagt, jetzt machen wir alle Kandidaten Teil B und dann fahren nachher die Kandidaten Teil C oder so. Also das heißt, da gibt es auch oft die Möglichkeit, dass man das aus organisatorischen Gründen blockt. Das ist eigentlich so üblich, wobei gerade da dann die Abwicklung sozusagen rein von der Organisation her, auch von Bundesland zu Bundesland natürlich ein bisschen unterschiedlich ist. Ich gehe jetzt eher immer auf die Wiener Variante ein. Warum? Weil das meine Erfahrung als Fahrprüfer in Wien auch ist, die ich euch einfach sozusagen da direkt weitergeben möchte. Schauen wir jetzt in den ersten Teil ein bisschen genauer rein. Begrüßung, Vorstellung, Organisatorisches. Zu Beginn der Prüfung werde ich mich, bzw. die Kollegen, euch mal vorstellen, euch sagen, wie das Ganze ablaufen wird und natürlich auch dann Fragen desbezüglich beantworten. Außerdem werden wir eine Identitätskontrolle durchführen als Prüfer. Das heißt, man muss natürlich auch einen amtlichen Lichtbildausweis zur Führerscheinprüfung auf jeden Fall mit haben und die Daten müssen wir dann im Protokoll als Prüfer eintragen und abgleichen, ob da alles stimmt, ob die Zahlencodes stimmen, zum Beispiel am vordaufigen Führerschein, wenn man eine Brille hätte, ob das dann auch eingetragen ist und diese Sachen. Das ist ein bisschen Bürokratie, aber das ist dann weniger das Problem der Kandidatinnen und Kandidaten, sondern mehr das Problem der Prüfer, dass wir uns um das am Anfang mal gucken müssen. Und dann geht es zum Teil A, Überprüfungen am Fahrzeug, wie das im Prüfprotokoll genannt wird oder im Volksmund oft auch einfach so Technikfragen genannt wird, die vielleicht auch von eurem Fahrlehrer, von eurer Fahrlehrerin so gehört haben. Und was wären so typische Fragen, die ich da stelle, will ich jetzt euch auch gar kein Geheimnis machen, weil es sind jetzt wirklich nur Beispiele. Also ihr seht schon in den Themenbereichen gibt es hier viel, aber es könnte zum Beispiel sein, dass ich frage, wo schalte man die Heckscheibenheizung ein, welche Flüssigkeiten finden Sie hier im Motorraum, damit man natürlich auch selbstständig die Motorhaube aufmachen können. Aber es ist schon auch meistens ein bisschen was Tiefergehendes dabei, also nicht so ganz kurze Sachen, weil man soll ja schon auch ein bisschen tiefer nachfragen, wie zum Beispiel, wie führen Sie die Standbremsprobe durch, dass man dann die einzelnen Schritte der Standbremsprobe eben erklären muss. Oder auch ein Klassiker, da hätte ich ganz gerne Frage, schalten Sie das Fernlicht ein und zeigen Sie mir die Kontrolllampe, weil ich finde das einfach was ganz Wichtiges, wenn ich ein Führersche mache, für alle Beteiligten im Straßenverkehr, dass ich weiß, wie ich jeweils das Licht einschalte. Insgesamt sind vorgesehen drei Themenbereiche von hier abzufragen, wobei pro Themenbereich natürlich mehrere Fragen möglich sind. Und bedenkt, dass halt gerade so Punkte wie sonstiges auch bewusst einen gewissen Spielraum geben, weil er jeweils das Prüfungsprotokoll nicht alles abdeckt und sozusagen der Prüfer dann auch die Möglichkeit hat, hier andere Fragen noch zu stellen. Ich habe euch da auch für die Technikfragen extra eine Playliste schon vor langer Zeit mal erstellt, die euch hoffentlich helfen kann, wo ich versuche, sozusagen wirklich alle Bereiche abzudecken, aber diese Playliste auch nach und nach erweitert habe im Laufe der Jahre und habe also aus den Erfahrungen dann immer neue Videos auch hinzugefügt, wenn ich gedacht habe, okay gut, vielleicht auch bei mir selber gedacht habe, das frage ich zwar, weil da habe ich vielleicht nicht so ein Video gemacht oder auch in den Kommentaren Leuten geschrieben haben, das oder jenes hat mich der Fahrprüfer, die Fahrprüferin gefragt, vielleicht kann man da auch noch ein Video machen. Und so wird diese Liste über die vielen Jahre aus den Erfahrungen immer vollständiger. Ich gebe euch den Link von dieser Playlist in die Beschreibung. Dann kommt der Teil B. Die Übungen, die da gemacht werden, sind prinzipiell im Prüfungsprotokoll auch ersichtlich, wobei in Wien üblicherweise nur drei Übungen gemacht werden, nämlich Umkehren, Parklücke und Garage. Aber es kann natürlich auch sein, dass andere Übungen verlangt werden. Wichtig ist, die Übungen werden alleine im Fahrzeug durchgeführt, entsprechende Blicktechnik ist anzuwenden, der Blinker zu betätigen. Genauso wie wir auch an das Ausscheren des Vorderteils und ich denke, wie im echten Straßenverkehr, wie im öffentlichen Raum. Die Stangen stellen fiktive Abgrenzungen dar. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt hier die Parklücke habt, ich zeige euch das so mit der Maus, wenn jetzt hier die Stangen stehen, dann ist jeweils die Verbindung davon eine fiktive Wand, die man nicht überfahren darf. Ist einfach wichtig, dass man das weiß, weil sonst macht ihr unter Umständen irgendwo Fehler und denkt euch einfach nichts dabei. Und es gibt hier eben diese leichten und mittleren Fehler, dass zum Beispiel eine Stange berührt oder eine fiktive Abgrenzung überragt. Und da seht ihr schon relativ streng ist, wenn ich jetzt eine Stange oder eine fiktive Abgrenzung wirklich überfahre oder eine deutliche Zeitüberschreitung habe, dann ist das eine Sonderregelung, die explizit extra auch im Prüfhandbuch erwähnt ist. Dann haben wir hier schon einen schweren Fehler und ab drei Stangen oder ab dreimal fiktive Abgrenzung überfahren und dann ist die Prüfung abzubrechen und mit einem negativen Ergebnis zu beurteilen. Genauso wie auch zum Beispiel, wenn jemand ablehnt Übungen zu machen, sagt, ich traue mich das nicht oder nur mit einer Begleitung macht, wenn der Vater sich am Beifahrersitz setzt dabei und sagt, nee, alleine geht das nicht oder auch die Inbetriebnahme alleine nicht gelingt, dann ist die Prüfung in dem Fall laut Vorgabe schon abzubrechen und mit einem negativen Ergebnis zu beurteilen. Aber wir wollen jetzt mal vom Positiven ausgehen und dass ihr sozusagen die Übungen gut vorbereitet habt und gut macht und es euch eher schon ein positives Gefühl für die weitere Prüfung auch gibt. Das ist ja auch die grundsätzliche Idee der Übungen im Langsamfahrbereich. Und ich habe euch eine eigene Playliste auch zu diesen Übungen gemacht, ein Video könnt ihr euch gerne anschauen, wo ich genauer zeige, wie diese Übungen aufgestellt werden und wie ich zum Beispiel empfehle, diese zu machen, wobei natürlich auch da macht die Lösung, die für euch gut ist, wo ihr euch wohlfühlt. Ja, ich kann euch nur einen Ansatz geben, wie ich es halt mache, wo ich den Eindruck habe, dass das ganz gut funktioniert. Aber wenn vielleicht euer Fahrlehrer einen besseren Tipp hat oder eure Fahrlehrerin selbstverständlich den nehmen, ja, am Ende muss es halt passen. Das ist das Wichtige. Und bedenkt natürlich auch, dass die Übungen oft, je nach Platz dort, unterschiedlich aufgestellt werden. Das sollte man auch im Vorfeld wissen. Und damit kommen wir schon zum Teil C, Fahren im Verkehr. Da erklärt der Fahrprüfer, die Fahrprüferin meist nochmals den weiteren Ablauf und ich sage da am Anfang immer ganz gerne so einen ähnlichen Satz wie zum Beispiel ich, beziehungsweise manchmal sage ich auch der Fahrlerer, die Fahrlerin, werden Ihnen jetzt eine Prüfungsstrecke ansagen. Insbesondere, wenn ich mich in einer Gegend von Wien nicht so gut auskenne, dann ist es manchmal besser, wenn der Fahrlerer ansagt. Also wundert euch nicht, einer von uns beiden sagt das an, das darf oder der Prüfer bestimmen im Zuge der Fahrprüfung. Rechts oder links bedeutet immer die nächste rechtlich erlaubte Möglichkeit. Das heißt, es ist Teil der Prüfung, dass Sie selbst feststellen, ob man da einbiegen darf oder nicht. Wenn ich nichts sage, fahren Sie bitte unter Beachtung der Rechtsvorschriften geradeaus, beziehungsweise dem Straßenverlauf folgend. Auch da könnte zum Beispiel vor Ihnen ein Einflug verboten oder Ähnliches stehen. Es ist Teil der Prüfung, dass Sie dieses rechtzeitig erkennen und in der erlaubten Richtung weiterfahren. Sollten mehrere Möglichkeiten bestehen, fragen Sie bitte. Außerdem bleiben Sie bitte grundsätzlich im Fließverkehr, also dass man nicht in den Ruhenverkehr wie Parkplätze, Wohnstraßen und so weiter reinfährt. Haben Sie noch Fragen? Wenn nicht, wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen eine erfolgreiche und gute Fahrt. Von meiner Seite kann es jetzt losgehen. Das wäre so ein typischer Satz, den ich am Anfang sagen würde. Meine Kolleginnen und Kollegen werden wahrscheinlich ähnlich formulieren, damit ihr da wisst, was euch erwartet. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt ein bisschen noch konkreter rein. Wo wird da gefahren? Also die Prüfstrecke umfasst in der Regel und das ist natürlich sehr abhängig auch davon, wo sind wir gerade, weil circa 25 Minuten Prüfzeit kann ich natürlich jetzt nicht von einer Seite auf die andere in Wien fahren, wenn dort keine Autobahn ist oder so. Aber grundsätzlich ist vorgesehen eher so eine verkehrsberuhigte Bereiche, ungeregelte Kreuzungen, dann Straßen im ortsgewöhnlichen starken Verkehr, wo man auch Fahrstreifen wechseln muss, mehrspuriges Abbiegen hat, Vorrangstraßen hat und so weiter. Dann Freilandstraßen mit höherer Geschwindigkeit wie auch Autobahnen. Das wären die vier Bereiche, die in etwa abgedeckt werden sollten, je nach Rüglichkeit im Zuge der Fahrprüfung. Während der Fahrt beobachtet der Prüfer, die Prüferin natürlich genau, was sie macht und beurteilt das Ganze, notiert leichte, mittlere und schwere Fehler, bedenkt aber auch, und das ist mir etwas ganz Wichtiges, und ich will ja mit diesem Video sozusagen einerseits natürlich einfach Leute, die interessiert sind, informieren, wie das aus der Sicht eines Fahrprüfers so abläuft, so eine Prüfung, aber euch auch ein bisschen die Sorge oder die Angst nehmen vor der Fahrprüfung. Vielleicht gelingt mir das, ja. Und da will ich euch schon etwas wieder sagen an der Stelle. Nicht nervös werden, wenn der Prüfer, die Prüferin hinten den Kugelschrauber ein- und ausschaltet oder Notizen macht und ihr denkt, boah, was schreibt der die ganze Zeit, was schreibt der die ganze Zeit. Ich kann es euch ganz klar auch von mir selber sagen, ich notiere vieles, aber da ist durchaus Positives dabei, weil ich ja im Anschluss ein Feedback geben möchte. Und das heißt, es soll einfach wirklich nicht euch das Gefühl geben, und man sollte auch wirklich nicht davon ausgehen, dass nur weil etwas notiert wird, dieses etwas Negatives für euch bedeutet. Ganz ruhig, normal eure Sache machen, so wie wenn ich quasi gar nicht hier wäre, oder die Kolleginnen und Kollegen gar nicht hier wären, und versuchen, sein Bestes halt zu geben, sag ich mal. Ja, aber nicht, dass solche Dinge nervös werden. Ich habe auch ein Video gedreht, wo ich so auf die klassischen Fehler während der Fahrprüfung eingehe, wie viele weitere Videos, wo ich versuche, einfach Tipps zu geben, die vielleicht hilfreich sind, verlinke ich euch gerne ebenso in der Beschreibung. Und damit kommen wir schon zum Teil D, der Besprechung von den lebenden Situationen, dem Ergebnis dann auch in weiterer Folge der Prüfung. Das erfährt ihr also sozusagen direkt im Anschluss dann. Ich verwende da gerne folgenden Spruch, den mir in der Prüferausbildung Dr. Bartler, ein Verkehrspsychologe, empfohlen hat, um das Feedback einzuleiten, das Gespräch. Und zwar ist das, was würden Sie anders bzw. besser machen, wenn Sie die gleiche Strecke nochmals fahren würden. Und dann habt ihr die Möglichkeit, von eurer Seite mal die Fahrt anzusprechen, vielleicht auch zu sagen, okay, da war ich vielleicht in der Nervosität oder es war eine blöde Situation. Das würde ich auf jeden Fall anders machen. Und dadurch haben wir Prüfer auch die Möglichkeit, einen ganz wichtigen Faktor, wäre jetzt wieder ein eigenes Videothema, aber der in der Verkehrssicherheit sehr wichtig ist. Die Leute, die bei mir in der Fahrl der Ausbildung sind, werden jetzt wahrscheinlich auch wissen, nämlich das Thema Selbsteinschätzung. Das ist etwas, was für die Verkehrssicherheit unheimlich relevant ist. Und wenn ich da feststelle, okay, Selbsteinschätzung ist aber sehr gut, dann gibt es sozusagen die Möglichkeit, dass an dieser Stelle noch ein Fehler, der gemacht wurde, in weiterer Folge geringer gewertet ist und natürlich auch das Prüfungsergebnis noch beeinflussen kann. Das liegt eben am Essen, so wie auch sonst das Ergebnis des jeweiligen Fahrprüfers, jeweiligen Fahrprüferin. Und nach dem Feedback oder im Zuge des Feedbacks gibt es natürlich dann auch das Prüfungsergebnis und bei bestandener Prüfung darf ich euch den vorläufigen Führerschein und das Kostenblatt aushändigen, eventuell vielleicht auch weitere Zusatzinformationen, wo die Mehrphasenausbildung von der Fahrschule, also einfach, sagen wir mal, die Werbung von der Fahrschule oder Informationsplätze von der Fahrschule werden dann manchmal auch draufgetackert an diese Zahlschule unterhalb, wo dann zum Beispiel oben steht, dass man nicht vergessen soll, die Perfektionsfahrten, das Fahrschule jetzt rechtzeitig zu machen. Ja, bei negativen Ergebnissen gibt es einen Durchschlag des Prüfungsprotokolls, der man auch sozusagen dann nochmal schriftlich das ein bisschen nachvollziehen kann und die Möglichkeit hat, das als Versuch zu sehen und beim nächsten Mal hoffentlich besser zu machen. Ebenfalls bekommt dann auch nicht nur der Kandidat, die Kandidatin, sondern auch der Fahrlehrer, die Fahrlerin so einen Durchschlag vom Prüfer, damit er mit dem Kandidaten, der Kandidatin weiterüben kann. Vielleicht noch ein paar Worte zum vorläufigen Führerschein, Kostenblatt und zum Scheckkartenführerschein, weil ich denke, dass es auch interessant ist, da ein bisschen was dazu zu wissen. Der vorläufige Führerschein wird von Schülerinnen und Prüferinnen unterschrieben. Gerne auch ihr dran denken, wie gesagt, das sage ich immer wieder, wir alle sind nur Menschen, das muss dann ganz klar sein. Und ich weiß, bei der Prüfungssituation denkt man sich so, wow, der Prüfer vielleicht, andere denken sich das vielleicht nicht, oder manche denken sich vielleicht, der... Egal, wie auch immer, wir sind einfach Menschen und es ist auch immer gut, wenn beide Seiten daran denken, der Führerschein muss unterschrieben werden. Genauso wie er bitte auch in der Liste, in seiner Prüfliste unterschreibt. Es ist immer gut, wenn man daran denkt. Und wenn auch der Schüler dann denkt, weil vielleicht vergisst wirklich der Prüfer mal, das ist ja alles auch schon ziemlich viel Programm, um zugleich denken und schauen, das muss ich also ganz ehrlich sagen, es kann schon was. Auch für den Prüfer, für die Prüferin. Und dieser vorläufige Führerschein unterschrieben von Prüfer und Schülern gilt dann in der angegebenen Frist, das steht auf diesem vorläufigen Führerschein oben, ich habe hier ein Muster aus dem Gesetz ausgedruckt, und nur in Österreich mit einem amtlichen Lichtbildausweis, den man zugleich mitführen muss. Das heißt, man könnte theoretisch sozusagen ab der Prüfung dann schon mit einem Fahrzeug fahren in Österreich, mit der entsprechenden Lenkberechtigungsklasse. Vielleicht sollte ich auch noch kurz erwähnen, als Beispiel habe ich mir gedacht, mache ich jetzt die B-Führerscheinprüfung mal durch, weil sonst wird das Video wieder endlos, aber sinngemäß kann man natürlich dann die anderen Führerscheinklassen sich sozusagen auch, zumindest eine Orientierung bekommen, aber ich denke, der B-Führerschein ist schon mal das häufigste, wo die Leute sich interessieren, wie das so abläuft. Den Zahlschein, den ihr bekommt, das sind sämtliche behördliche Gebühren oben, das hat mit der Fahrschule nichts zu tun, das sind zum Beispiel auch die Gebühren für die Theorieprüfung oben, da sind oben etwa die Gebühren, meine Übungsfahrten eingereicht, habe diese Behördengebühren dazu, das sind oben die Gebühren für den Druck für den Führerschein etc. Sobald ihr den eingezahlt habt, da geht dann der Druckauftrag an die Staatsdruckerei und dann dauert es circa 10 bis 14 Tage üblicherweise, bis euch der Führerschein zugestellt wird. Bitte überprüft, sage ich euch auch gleich, ich versuche eben auch daran zu denken, meine Prüfung und meine Kolleginnen und Kollegen machen das auch die meisten, aber ist einfach nicht schlecht, wenn du es dann jetzt vorweg in Ruhe schon wisst, worauf ihr noch schauen könnt, bitte überprüft immer am Kostenblatt oben, ob die Adresse stimmt. Damit haben wir nochmal sichergestellt, dass ihr die richtigen Zettel bekommen habt, dass nicht irgendwas durcheinander gerutscht ist bei den ganzen Akten, oft blasst der Wind rein, dann haut es dir alles durcheinander und so. Wie gesagt, wir sind auch nur Menschen, schauen, ob die Adresse oben stimmt, ob die Daten stimmen und der Führerschein wird dann an diese Adresse eben nicht eingeschrieben zugestellt. Das heißt natürlich auch in der Post entsprechend aufpassen, dass ihr den Führerschein nicht versehentlich mit der Werbung oder so wegwerft. Sollte irgendwas nicht passen von den Daten hier, natürlich gerne mal den Prüfer, die Prüferin, den Fahlerer ansprechen, aber grundsätzlich muss das dann das Verkehrsamt übernehmen, in Wien, die zuständige Behörde. Das heißt, dann würde ich euch in diesem Sonderfall empfehlen, nicht den Erlag schon einzuzahlen, sondern direkt mit dem Verkehrsamt Kontakt aufzunehmen, sodass man das zur ersten Adresse klärt, bevor dann irgendwo ein Druckauftrag erteilt wird und dass eine falsche Adresse oder falsche Daten drauf sind. Zum Kostenblatt habe ich euch ein Video gemacht, wo das genauer erklärt wird, verlinke ich euch in der Beschreibung. Genauso kann man auch oft danach fragen, was bedeutet dies oder jener Zahlencode, zum Beispiel 0106, Brille oder Kontaktlinse, Automatik, Einschränkung etc. Da habe ich euch auch ein Video gemacht zum Thema Zahlencode zum Führerschein, wo ihr dann jeden Zahlencode genau rausfinden könnt. Und bedenkt bitte, mehr Phasenausbildung nicht vergessen, zwei bis vier Monate nach der bestandenen Fahrprüfung die erste Perfektionsfahrt entfällt bei 17, dann drei bis neun Monate nach der bestandenen Fahrprüfung beim B-Fahrerschein das Fahrsicherheitstraining und sechs bis zwölf Monate nachher die zweite Perfektionsfahrt. Was man beim Fahrsicherheitstraining macht, das ist auch so ein Faktor, wo glaube ich viele denken so, wow, was erwartet mich, dann hat man die Prüfung geschafft, dann kommt das. Viele freuen sich natürlich auch schon sehr auf das Fahrsicherheitstraining, weil es ist in der Regel ein recht entspannter Tag. Da habe ich euch auch ein Video gemacht, wo ich euch zeige, was beim Fahrsicherheitstraining so üblicherweise gemacht wird. Das Ganze gilt beim erstmaligen Erwerb einer Lenkprächtigung, also Austauschprüfungen und so, dann keine mehr Phasenausbildung. Ein paar Worte zum Fehlerkalkül, da möchte ich jetzt nicht zu viel dazu sagen, weil auch das wäre schon wieder ein eigenes Thema. Ich möchte wirklich versuchen, sozusagen in diesem Video euch einfach einen Einblick in die ganze Prüfungsgeschichte zu geben, aber man könnte hier, glaubt mir, viel, viel mehr natürlich überall sagen, aber gerne auch einfach kommentieren und ich kann euch in den Kommentaren, können wir dann die Gespräche weiterführen. Ein Grundsatz, den ich einfach dazu immer sagen muss, den ich auch dem Fahrprüferhandbuch, das ja eine einheitliche Regelung sozusagen für ganz Österreich darstellen soll, entnommen habe, es kann niemand über die Zeit einer gesamten Prüfungsdauer oder länger ohne Fehler ein Fahrzeug lenken. Das ist auch genau meine Meinung und das beziehe ich auch auf mich selber übrigens. Wir sind nicht fehlerfrei und das ist also etwas, was man sozusagen wissen muss. Das heißt, dass Fehler auch bei der Fahrprüfung passieren, das ist vollkommen klar. Da gibt es ja eben dieses Fehlerkalkül, nur es dürfen halt nicht zu schwerwiegende sein und es dürfen halt nicht zu viele sein. Das ist sozusagen das, was man dabei bedenken muss. Der Kandidat muss während der gesamten Prüfungsfahrt zeigen, dass er selbstständig das Fahrzeug auch in schwierigen Verkehrslagen, verkehrsgerecht und sicher lenken und seine Fahrweise den jeweiligen Verkehrsfluss anpassen kann. Er soll weiters zeigen, dass er seine Kenntnisse über die für das Lenken eines Kraftfahrzeuges geltenden Vorschriften anzuwenden versteht und mit den Gefahren des Straßenverkehrs und denen zu ihrer Vermeidung erforderlichen Verhaltensweisen vertraut ist. Das ist ein Ausschnitt aus dem Fahrprüferhandbuch. Und es gibt im Fahrprüferhandbuch dann auch eine Mängelliste, also prinzipiell habt ihr diese Mängelliste schon im Prüfungsprotokoll, aber die ist dann noch genauer im Fahrprüferhandbuch erläutert. Und mit dieser Mängelliste, mit diesem Mängelkatalog, der dann noch im Fahrprüferhandbuch dabei ist, gibt es eine Richtlinie für die Beurteilung. Was sind leichte Fehler, was sind mittlere Fehler, was sind schwere Fehler? Das würde jetzt natürlich alles den Rahmen sprengen, aber es ist auch bewusst ein Freiraum sozusagen drinnen enthalten, der entsprechend ermöglicht, eigene Erfahrungen und den Blick fürs Wesentliche von Seiten des Prüfers einfließen zu lassen. Der Mängellkatalog ist auch nicht vollständig, also ein Bewertungsspielraum soll erhalten bleiben und Abweichungen sind möglich. Wie funktioniert das mit den Fehlern? Im Prinzip gibt es eben leichte, mittlere und schwere Fehler. Drei leichte Fehler gelten als ein mittlerer und drei mittlere Fehler als ein schwerer Fehler. So, das ist sozusagen dieses Fehlerkalkül, so wird das errechnet, das wird dann zusammengezählt vom gesamten Protokoll am Ende, also auch schon von den Technikfragen natürlich. Also hoffentlich hat man die gut vorher gelernt, dann kommt man eher mit einem positiven Gefühl schon weiter mit einem Bonus. Und man hat natürlich leider auch das Problem, wenn man dann wirklich zum Beispiel drei Fragen nicht weiß, sondern einen schweren Fehler schon bei den Technikfragen. Das ist natürlich dann keine so gute Vorausführung, aber kann man es noch immer schaffen, denn bis zu zwei schwere Fehler ist grundsätzlich das Ergebnis positiv. Ab zwei schweren Fehler, also zum Beispiel zwei schwere Fehler und ein leichter, wäre dann schon negativ. Es gibt aber dann natürlich viele weitere Bestimmungen, die ich jetzt einfach auch in dem Video nicht etwas komplexer, deshalb haben wir auch eine entsprechende umfangreiche Fahrprüferausbildung in Österreich. Aber kurz gesagt muss man natürlich wissen, es gibt ja natürlich auch andere Dinge, die noch einfließen, wie zum Beispiel, wenn Nachschulungsdelikte begangen werden, dann reicht dieses Nachschulungsdelikt schon automatisch für ein negatives Prüfungsergebnis. Oder bei Begehung eines Vormärkteliktes, eines sogenannten oder eines Pfahlereingriffes, schwerer Gefährdung, Gefahr im Verzug, Periculum in mora, wie man so schön im Lateinischen sagt, ist die Prüfung dann überhaupt sofort abzubrechen und negativ zu beurteilen. Es gibt aber auch weitere Abbruchgründe und Sonderfälle in der Vorgehensweise, die nicht unbedingt in jedem Fall zu einem negativen Ergebnis führen müssen, zum Beispiel ein verschuldeter oder unverschuldeter Unfall. Ja, verschuldet, klarerweise negativ, unverschuldet. Ja, was kann ich dafür, wenn hinten, ich stehe bei der roten Ampel, als Schülerinnen und Schüler während der Prüfung und hinten fährt einer drauf. Ja, auch das passiert, nicht? Also das ist ja auch eine reale Verkehrssituation natürlich. Nur wegen dem ist ja dann die Prüfung nicht negativ, da kann man ja nichts dafür, sondern dann wird zum Beispiel, um jetzt einen Sonderfall auch gerne für euch an dieser Stelle zu beschreiben, dann wird notiert, was schon positiv erledigt wird. Das wird dann für die nächste Prüfung angerechnet und wird zum Beispiel so weitergegangen. Oder andere Beispiele wären Fahrzeugdefekte, Abbruch auf Verlangen des Kandidaten, was natürlich wieder negativ ist. Also da gibt es natürlich viele Sonderfälle, wo unterschiedlich vorgegangen wird, das sei nur auch noch an dieser Stelle erwähnt. Und damit kommen wir schon zum Organisatorischen. Was soll ich mitnehmen an diese Frage? Wir kommen natürlich auch sehr häufig. Vorweg muss ich euch sagen, bitte stellt diese Fragen, wie auch sonst grundsätzlich alle Fragen. Ich kann hier nur als YouTuber, als Künstler euch versuchen, ein bisschen was Hilfreiches aus meiner Erfahrung zu geben, aber Anlaufstelle ist in diesem Fall für euch bitte die Fahrschule. Und die gesamte Organisation und Abwicklung organisiert eben auch die Fahrschule. Das heißt auch da bitte entsprechend nachfragen, ob zum Beispiel auch noch vielleicht in der Fahrschule eine Rechnung offen ist. Das sind so Dinge, die wir als Prüfherr nicht wissen und die uns auch nicht zu interessieren haben. Die Organisation der Fahrprüfung, Treffpunkt, Beginnzeit unterscheidet sich auch so ein bisschen von Bundesland, Region, aber auch dem jeweiligen Prüfer, wie es bei dem sich ausgeht. Natürlich, ich kann euch jetzt ein Beispiel aus meiner Praxis sagen, wie ich das sehr häufig mache. Also orientiert sich das jetzt an einem Beispiel aus meiner Praxis. Allgemein muss man wissen, der Fahrprüfer, die Fahrprüferin erfährt selbst erst einen Tag vor der Fahrprüfung, wo er am Folgetag zugeteilt ist. Das ist bewusst so geregelt im Gesetz seit ewigen Zeiten. Zugleich aber die Fahrschule darf es erst am Tag der Prüfung erfahren. Das heißt also sozusagen, ich kann auch die Fahrschule erst verständigen am Tag der Prüfung, wo wir dann das Weitere vereinbaren. Das sieht auch die Fahrschule natürlich dann sozusagen schon vom Führerscheinregister her, welcher Fahrprüfer, welche Fahrprüferin zugeteilt ist. Und dann wird das mit der Fahrschule ausgemacht. Das heißt also, von der Fahrschule jemand wird sich mit mir absprechen und dann machen wir die Uhrzeit und den Treffpunkt, die Abwicklung sozusagen aus. Das kann sein, als Beispiel, dass ich sage, okay, ich komme in die Fahrschule zu euch und wir beginnen dort die Prüfung. Dann wird auch je nachdem, wie das dann geografisch dort ist. Es gibt Fahrschulen, da ist tatsächlich der Übungsplatz direkt bei der Fahrschule. Dann gibt es Fahrschulen, da ist der Übungsplatz ganz woanders. Man muss relativ weit hinfahren. Aber je nachdem kann es zum Beispiel sein, dass ich sage, okay, ich komme in die Fahrschule, dort beginnen wir die Prüfung. Ein Kandidat fährt dann gleich die Prüfungsfahrt von der Fahrschule zum Übungsplatz. Und am Übungsplatz machen wir dann die weiteren, natürlich die Technikfragen und die weiteren Einparkübungen. Und dann fahren die weiteren Kandidaten, bis zu sieben sind es an einem Tag, möglicherweise in der Kommission in Wien, die weiteren Prüfungen und Besprechungen und Ergebnisse. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Kann aber auch sein, dass ich sage, wir treffen uns zum Beispiel beim Bundeskriminalamt. Das ist für viele so ein zentraler Punkt in Wien, wo ich ganz gerne die Prüfung starte, weil ich da nämlich auch was zum Essen bekomme vorher. Es ist immer gut, wenn ich vorher esse. Nein, ich bin natürlich immer objektiv und gerecht wie möglich, aber manche Leute wollen es ganz gerne, wenn ich vorher esse. Vielleicht bin ich da immer entspannter. Keine Ahnung. Jedenfalls kann das sein, kann aber auch sein, dass es irgendwo anders einfach ist oder vielleicht direkt am Übungsplatz. So, Uhrzeit bei mir circa 13.30 Uhr. Viele Kollegen beginnen gerne früher. Richtwert, glaube ich, in Wien ist, was ich weiß, sogar 13.30 Uhr der Allgemeine. Aber manche essen zum Beispiel nicht vorher. Wer mich kennt als YouTuber und meinen Kanal verfolgt, weiß, dass bei mir Essen immer sehr zentral und wichtig ist. Ich habe dann einfach Hunger sonst. Deshalb esse ich da zum Beispiel vorher und dementsprechend so 13.30 Uhr. Was muss ich mitnehmen? Auf jeden Fall einen amtlichen Lichtbildausweis, sonst darf ich auch nicht prüfen, weil eine Identitätskontrolle natürlich möglich sein muss. Außerdem müsst ihr mitnehmen etwaige Sehbehelfe oder sonstige Auflagen, die vielleicht euch der Amtsarzt gegeben hat, also zum Beispiel eine Sitzunterlage, was auch immer, da gibt es ja verschiedene Dinge. Und natürlich nicht vergessen, gute Nerven. Ich gehe jetzt noch kurz auf den Sonderfall L und L17 sowie Austauschprüfung ein. Prinzipiell einfach. Auch da zentrale Andaufstelle, die Fahrschule. Die Fahrschule gibt Informationen von sozusagen, wenn man mal sagt, okay, ich will den Führerschein austauschen, wie läuft das ab, kann euch schon die Fahrschule die nötigen Informationen geben. Das heißt, Fahrschule ist hier wirklich für alles, was den Führerschein betrifft, die zentrale Andaufstelle mittlerweile. Ansonsten gibt es da auch noch eine Option bei L und L17, wenn man diese Übungsfahrten macht, und zwar die Möglichkeit, mit dem Privator anzutreten. Wenn ihr mich fragt, das ist auch wirklich was ganz Ehrliches von mir an dieser Stelle, im Austausch mit euch, ich persönlich bin dafür, auch bei L17, bei L mit dem Fahrschulauto, die Prüfung zu machen. Ist aber einfach meine persönliche Empfehlung, aber eure persönliche Entscheidung, wie ihr das handhaben wollt. Ich kann euch sagen, warum es mir, und da spreche ich jetzt ganz ehrlich, für mich, und ich glaube auch, ich weiß auch für einige Kolleginnen und Kollegen, warum uns das lieber ist. Ihr müsst verstehen, auch Prüfer sind die Menschen. Und jetzt natürlich sagt jeder, der das Video anschaut, bei mir ist das ja kein Thema. Aber es ist einfach für uns natürlich angenehmer, wenn man in ein Fahrschulauto einsteigt, wo man weiß, da ist ein ausgebildeter, staatlich geprüfter Fahrschullehrer am Beifahrersitz, den ich auch natürlich dann irgendwo, wir sind ja alle in einem Boot, natürlich auch kennt im Laufe der Zeit, und wo es natürlich einfach einfacher ist für den Prüfer, und weiß, dass alles passt, als ich setze mich zu irgendwelchen fremden Leuten ins Auto, man weiß nicht, wie ist der Begleiterin, der Begleiter. Das ist einfach natürlich einfach, ich sage mal einfach, ein ausgebildeter Fahrlehrer, Fahrlehrerin am Beifahrersitz, ist natürlich für uns Prüfer in der Regel ein beruhigenderes Gefühl. Das sage ich jetzt einfach mal ehrlich an dieser Stelle in die Kamera. Anderen ist es vielleicht natürlich auch, anderen Kolleginnen und Kollegen, vollkommen egal. Ich wollte es einfach ehrlich anmerken an dieser Stelle, aber wenn ihr sagt, okay, nein, ich möchte mit dem Privato da antreten, wird auch das über die Fahrschule organisiert. Bedenkt, dass dann natürlich der Begleiter, die Begleiterin laut Bescheid bei der Prüfung dabei ist, und nicht der Fahrlehrer im Privatauto. Und dementsprechend natürlich auch der Begleiter, dass sich auch die Zeit nehmen muss für die Prüfung. Zusätzlich bitte dann mitnehmen den Bescheid, so wie natürlich der Begleiter, die Begleiterin auch den Führerschein logischerweise. Bedenkt auch die Voraussetzungen des Fahrzeuges, das habe ich jetzt aus dem Gesetz herauskopiert, ein vierräderiges Fahrzeug der Klasse B mit einer Bautgeschwindigkeit von mindestens 100 kmh und mindestens einer Zugangstüre in der Sitzreihe, in der der Fahrprüfer Platz nimmt. Also hinten muss ein zweiter Reihe logischerweise sein, weil ein Fahrprüfer kann sich nicht in den Kofferraum setzen und es muss halt eine Türe dort sein. So ist die gesetzliche Vorgabe. Außerdem natürlich 57a muss passen, eh logisch. Also die Dinge, die ja sonst halt auch logisch sind und passen müssen. Verkehrssicherheit, eine Vignette muss oben sein, weil der Prüfer die Möglichkeit haben, muss per Gesetz auf die Autobahn fahren zu können mit dem Prüfungsfahrzeug. Das wird auch natürlich unter Umständen im Zuge der Prüfung, bzw. vor der Prüfung entsprechend kontrolliert, diese zu bedenken. Genauso wie ich denke, aber das ist eh selbstverständlich im respektvollen Miteinander, dass das Fahrzeug entsprechend sauber sein muss. Also keine unzumutbaren Verschmutzungen für Prüferin oder Prüfer. Bei der Austauschprüfung vielleicht noch bedenken, falls man den nicht schon abgegeben hat im Zuge des Verfahrens, den Führerschein aus dem Herkunftsland mitnehmen. Jedenfalls aber muss man einen amtlichen Lichtbildausweis, wie auch alle anderen Kandidaten bei der amtlichen Führerscheinprüfung mithaben. Und damit noch ein paar Tipps um das Video. Das wird jetzt schon wieder mega lang. Sorry for that. Ich habe versucht wirklich möglichst nur wichtige Punkte auszuwählen, wo ich, ja egal. Gehen wir direkt zur Empfohlen und Vorbereitung. Tipps für die Prüfung. Und das wäre in meinen Augen wieder ein mega eigenes Thema. Können wir uns gerne auch in den Kommentaren natürlich dazu austauschen. Aber vielleicht gehen wir einfach sozusagen im Zuge dieses Videos noch kurz auf wichtige Punkte, auf zentrale, von denen aus man dann weitere Tipps bekommt. Erstens, hört auf die Empfehlungen der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer. Was die Anzahl der Stunden betrifft, die euch empfohlen werden. Sie wissen am besten über den Ausbildungsstand, über den jeweiligen Bescheid und können euch entsprechend begleiten, entsprechend schulen. Das ist, glaube ich, mal ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Zweitens, mache ich jetzt ein bisschen Werbung, erlaubt mir das auch an der Stelle, aber ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben, euch aus meiner Erfahrung was zu erzeugen, was zu machen, was euch helfen soll. Bei der Vorbereitung auch, weil ich unheimlich viele Fragen dazu immer wieder bekomme, was soll ich lernen, was soll ich mir nochmal anschauen, welche Tipps hast du bei der Prüfung, was sollte ich beim Fahren im Verkehr nochmal besonders beachten, bei der Prüfung. Ich habe euch einfach ehrlich hier sozusagen ein Werk zur Vorbereitung geschaffen. Das ist die praktische Fahrprüfung erfolgreich bestehen. Das sind auch die Erfahrungen vieler Kollegen eingeflossen, auch aus Deutschland, auch aus der Schweiz. Und wir haben versucht, dieses Buch nach und nach reifen zu lassen, euch hier noch eine Unterlage zu geben, die euch unterstützen soll, euch optimal auf die Prüfung vorzubereiten. Den Link zu dem Buch gebe ich euch gerne auch in die Beschreibung, wo also dann noch mehr dazu ist. Und zum Schluss noch ein bisschen was Persönliches. Ihr könnt mich jederzeit überall auf der Straße, aber auch wenn ich tatsächlich wirklich bei der Fahrprüfung zufälligerweise euer Prüfer bin, gerne auf die Videos ansprechen. Wir können gerne Fotos machen und so weiter, weil ich weiß, dass es immer wieder ein Thema ist. Es muss euch aber einfach auch klar sein, dass ich bei der Prüfung, wie jeder andere Prüfer, jede andere Prüferin versuchen werde, nach meinem besten Gewissen und Wissen so gerecht wie möglich zu urteilen, jeden gleich zu behandeln. Bedenkt, es gibt halt auch immer zwei Seiten bei der Prüfung. Das wäre jetzt wieder ein Endlos-Thema, das habe ich schon vor einigen Jahren mal angesprochen. Aber ihr müsst immer bedenken, natürlich möchte jeder bei der Fahrprüfung durchkommen. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir hier entsprechend urteilen, denn bedenkt, die eine Seite ist die, dass ihr jetzt bei der Prüfung seid und durchkommen wollt. Vollkommen verständlich. Aber die andere Seite ist, jetzt seid ihr am Schutzweg unterwegs und euch kommt ein Auto, fährt ein Auto sozusagen auf euch zu. Seid einfach ehrlich mit euch. Wäre es euch egal, ob der sozusagen jetzt bremsen kann oder nicht, ob der jetzt entsprechend das Fahrzeug in den Griff hat oder nicht, ob er die Gesetze befolgen kann, wenn ihr dem an anderer Stelle begegnet. Versteht ihr, was ich meine, die beiden Seiten oder vielleicht eure Kinder sozusagen mal an diesen Fahrer treffen? Also wir müssen halt immer bedenken, es gibt sozusagen immer zwei Seiten in der Gesellschaft und es ist halt auch wirklich wichtig, dass man hier dieses Mindestmaß eben, um entsprechend mit gutem Gewissen am Verkehrsgeschehen teilnehmen zu können, erreicht. Das sind also diese beiden Seiten der Prüfung. Und ich sage an der Stelle auch ganz bewusst, denkt euch mal sozusagen, wofür war es vielleicht gut, wenn es nicht geklappt hat? Und ich würde euch einfach ehrlich jetzt, ich hoffe, ihr versteht mich auch, warum ich das jetzt so sage, bitte auch natürlich zu respektieren das Ergebnis, das ich euch sage, logischerweise. Ich meine, es bleibt euch eh nichts anderes über, wenn ich Prüfer bin, genauso wie bei den anderen Kolleginnen und Kollegen. Aber bitte dann ruhig bleiben sozusagen, auch bei den Kolleginnen und Kollegen nicht auszucken oder so. Das bringt nichts, außer dass man vielleicht dann auch über die Verkehrszuverlässigkeit sich Gedanken macht. Man weiß nicht, wofür es gut war. Es war ein Versuch, dann lerne ich weiter, probiere es nochmal. Vielleicht hat es euch vor etwas bewahrt, was euch im Leben viel mehr Probleme bereitet hätte. Versucht es einfach so zu sehen, aber natürlich hoffe ich, dass jeder die Prüfung besteht, was auch mir am liebsten ist. Wir werden sowohl als Prüfer, als auch ihr bitte versuchen, auch wenn es eine Prüfung ist, möglichst keine Angst zu haben, positiv an die Sache heranzugehen. Auch wir Prüfer sind Menschen wie du und ich und man sieht sich auch immer zweimal im Leben. Das ist uns genauso klar wie euch. Vielleicht sind wir mal dankbar, wenn ihr das Rettungsauto fahrt, sozusagen, wo wir drinnen liegen als Prüfer, dass ihr vorher eine gute Ausbildung gemacht habt, dass ihr den Führerschein habt und uns jetzt helfen könnt und retten könnt. Also ich sage mal, ich glaube, ich möchte einfach so lange eine Metapher, möchte ich euch einfach geben und ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja, das ist vollkommen klar und ich versuche mir auch immer in die Lage rein zu versetzen, wie geht es dem derjenigen gerade, wie würde es mir an der Stelle gehen, wenn ich jetzt gerade eine Prüfung habe und wir versuchen, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Das heißt also, sozusagen auch jetzt, wenn ihr das Video schaut und vielleicht die Prüfung vor euch habt, geht ruhig an die Sache ran und seht es mal als Versuch, der hoffentlich gut geht. Und mit diesen Worten möchte ich das Video beenden. Zum Thema Fehler machen habe ich auch schon mal ein Video gedreht, wo ich da näher drauf eingehe, verlinke ich auch in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr keine weiteren Videos verpasst und wir weiter in Austausch bleiben können. Außerdem natürlich, wenn euch das Video geholfen hat, gefallen hat, es eine interessante Information für euch war, vielleicht auch wenn ihr Kolleginnen, Kollege seid, Fahrlehrer seid, wissen wolltet, wie läuft das Ganze in Österreich ab, aus der Erfahrung, aus der Sicht eines Fahrprüfers, eines von sehr vielen. Allein in Wien sind wir über 160. Ich würde mich jedenfalls freuen, über den Daumen hoch und gerne das Video auch teilen. Alles Liebe, alles Gute und jetzt freue ich mich auf Austausch in den Kommentaren. Und falls ihr die Prüfung noch vor euch habt, viel Erfolg von Herzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.